Und diese einfachen, schlichten Weisen, um diesen Lied der La Chao zu singen, aber da die Deutschen oft mit Fremden mussten in Gewichte heben und dann an Lagerfeuer umso kämpferischer singen, habe ich mir erlaubt, das Dienst etwas weniger kirchnerisch, etwas weniger heroisch zu machen, eine neue Version zu diesem periodischen Text zu schreiben, den jetzt auch bei Konstantin Wecker singt und auch Zuchtgeierungen zu tun hat. Das ist wieder mehr ein Liebeslied geworden. Der La Chao heißt ja, du schöner auf Wiedersehen. Und ich wollte einfach darüber schreiben, natürlich ärgere ich mich immer in meiner Partei bei Leuten, die sagen, es gibt körperliche Rechte. Ich liege selbstverständlich bei der Krieg, der Sowjetsoldaten am Korska-Bogen gegen die Hitler-Armeen ein gerechter Krieg. Und natürlich bei der Krieg, der Vietkong gegen die B-52-Bombe ein gerechter Krieg. Und natürlich bei der Krieg, der Baltisanen gegen Mussolini und Hitler ein gerechter Krieg. Aber wenn ihr euch vorstellt, es ist 1943 oder 1944, draußen minus 30 Grad, du hast eine schöne Frau im Arm, und du willst raus und du willst raus und hast dich entschieden, jetzt Partisan zu werden. Ich meine, so gerecht kann kein Krieg sein, dass man nicht irgendwie denkt, scheiße. Und diese Scheiße wollte ich eigentlich in den Text reinbringen. Und jetzt kommt die Version von Wenderschaft. Wenderschaft. Musik 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 Musik